leute es ist endlich soweit wir bekommen ein absolut mega geiles feature in apex legends und ich freue mich jetzt schon auf die clickbait kommentare nachdem wir in season 15 endlich ohne mist endlich die sticker bekommen haben die wir auf unsere heal items klatschen können wird so unglaublich apex legends wird so viel besser so viel toller so viel spielbarer wir bekommen deathbox skins verschiedene skins für unsere death boxen damit unser gegner der uns platt gemacht hat sich an unserer schönen deathbox erfreuen kann unsere schönen sticker sehen kann unsere schöne sammlung an sticker und die werden unsere deathbox kleben können ist das nicht absolut unfassbar ich freue mich auf season 16 wenn wir endlich dieses feature bekommen was wir uns schon seit ungefähr dreieinhalb jahren in apex legends wünschen endlich geht's steil bergauf in diesem sinne wünsche ich euch noch einen schönen tag ich freue mich auf die clickbait kommentare bis zum nächsten mal hot da rein ciao